hallo meine freunde auf maverick tv zu einem neuen unboxing video und zwar heute mit dem guten stückchen lipton sparkling mit kohlensäude hier haben wir das gute stückchen classic iced eiskalt meine freunde aus dem kühlschrank jetzt machen wir das mal kurzerhand mal auf ja also ziemlich schwer zum öffnen meine freunde richtig ran gepresst an die dose jetzt nehmen wir erst mal ein stückchen erfrischender citrus geschmack mit sehr viel kohlensäure überrascht einen sofort gleich am anfang ein leichter abgang und ein bisschen süß stoff auf der zunge ich lasse mal noch mal die aromen wirken hier ist ein bisschen luft rein kommt in die dose wirklich ziemlich viel kohlensäure also ein richtiges erfrischungsgetränk muss man sagen ja wenn man erschöpft draußen mal die runde tennis gezockt hat da kann man sich so eine dose gönnen und dann kann man noch den sechsten satz mit seiner partnerin dann noch als nachspiel weitermachen richtig nice lipton spa klingt mit kohlensäure classic iced tea gönnt euch mal eine dose und schreibt mir unter das video wie sie euch schmeckt in diesem sinne meine freunde peace out und vielen dank fürs zuschauen auf maverick tv bis zum nächsten unboxing video